Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designklubs. Heute ausnahmsweise als erstes hier eine kurze Werbung in eigener Sache. Gerade ist die Dokumentation des DDC-Gestaltungswettbewerbs Was ist gut 2023 im Forum Verlag erschienen. Sie ist ein sehr empfehlenswertes Kompendium mit bemerkenswerten Designarbeiten, klugen Texten, ausgezeichneten Fotos und natürlich einem sehr gelungenen Design. Schließlich erfahrt ihr daran noch mehr über das innovative Konzept dieses Wettbewerbs, bei was es gut werden, die Einreiche, innen nämlich selbst zur Jury, diskursiv, partizipativ und demokratisch. Bestellen könnt ihr das 460 Seiten umfassende Werk über den Buchhandel, den Webshop, das Verlag Form oder das DDC-Büro in Frankfurt. Alle Infos dazu auf der DDC-Webseite ddc.de. Nun aber erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerusch. Antje Tschirer, unser heutiger Gast, arbeitet als freiberufliche systemische Organisationsberaterin und Führungscoach für Bildungskultur und Wissenschaftsorganisationen. Und sie ist Dozentin für Erziehungswissenschaft und Organisationsdesign, Didaktik sowie ästhetische Bildung in der sozialen Arbeit. Außerdem, und darum geht es heute vor allem, ist sie eine der GesellschafterInnen des Centre Agri Alimentaire in Sibi, im westafrikanischen Mali, der CAAS GGMBH. Dort engagiert sie sich für die Ausbildung junger magischer Frauen im landwirtschaftlichen Bereich. Sibi ist ein Dorf und eine ländliche Gemeinde im Süden Malis, etwa 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bamako. Anders als im Norden von Voros, nicht erst seit dem Abzug der Friedensmission der Vereinten Nationen Ende letzten Jahres, rivalisierende Rebellengruppen, darunter auch militante Islamisten, das Land destabilisieren, gilt der Süden Malis noch als einigermaßen sicher. Allerdings steht die amtierende Regierung dort den Westeuropäern sehr kritisch gegenüber, was die Arbeit der NGOs vor Ort auch nicht gerade einfacher macht. Dennoch ist das Centre Agri Alimentaire ein absolutes Highlight und ein sehr erfolgreiches Projekt. Andrzej Schiera arbeitet entlang der Frage, wie kommen Menschen, Teams und Organisationen in ihre Kraft? Sie fragt sich, welche Formen und Formate bringen gute Entwicklungen hervor und was sind gute, nachhaltige, pädagogische Konzepte? Sie gehört der Gesellschaft der Familie der Klaus-Gira-Stiftung an und sitzt so, wie sie sagt, auf dem Zaun zwischen dem Projekt und der Stiftung. Sie hat ein Gespür für erfolgreiche Teams und GründerInnen. Daher hat sie das Konzept des CAAS von Anfang an mit Engagement und Leidenschaft vertreten. Einfach, weil sie vom Erfolg dieses Konzeptes und seiner Entwickler in Mali überzeugt war und ist. Mit Antje, die übrigens auch Bergsteigerin und feministische Aktivistin ist, spricht mein Kollege Georg Christoph Bertsch. Ja, hier sitzt mir Andrzej Schiera gegenüber, die aus Heidelberg angereist ist. Wunderbar, wie geht es dir denn? Hallo, wunderbar. Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich auf das Gespräch und über das Projekt ein bisschen sprechen zu können. Ja, für mich ist das wirklich eine sehr wichtige Sendung, weil wir ja sehr, sehr präzise und detailreich von dir erfahren können, was da konkret passiert in dieser Art von Projekt und konkret in dem Projekt. Es geht ja um ein Zentrum zur Berufsausbildung malischer Frauen, vor allem für landwirtschaftliche Praktiken. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das kannst du ja auch gleich schon mal korrigieren, dass wir mal sagen, was ist es eigentlich, das Projekt? Also nennen tut sich Sondre Agroalimentaire, SIBI, C-A-A-S, das ist eine gemeinnützige GmbH. Und ausgebildet werden junge Frauen im Bereich Ackerbau, Gartenbau und Kleinviehhaltern. Und wie kommen die da rein? Also das ist traditionell auch ein Frauenthema. Damit beschäftigen sich die Frauen in Mali. Die können über Programme, über Empfehlungen von Lehrern aus ihrer Schule, über Institutsleiter, Bekannte aus der Familie. Wie genau das dann vonstatten geht, das haben wir jetzt festgestellt, ist auch nicht immer so ganz klar. Aber die können sich bewerben, die werden vorgeschlagen. Und es gibt ein Gremium von Menschen im CAS, die die dann auswählen. Und was lernen die dort? Also was ist sozusagen das Curriculum dieser Ausbildung? Die lernen, also angelehnt ist es an unser deutsches Berufsschulsystem, Kombination aus Theorie und Praxis. Die sind ein halbes Jahr dort. Wir haben ursprünglich lange überlegt, soll es eine formelle Ausbildung, eine informelle Ausbildung sein. Unser sehr Mali-erfahrener Projektleiter hat schwer für die informelle Ausbildung plädiert, dass die tatsächlich einfach was lernen können, womit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten können, womit sie Geld verdienen. Und das ist Gartenbau, Ackerbau, Kleinviehhaltung, Bodenverbesserung, gute Dinge anzupflanzen, die dann auch ertragreich sind, um sie, also ganz rudimentär, um sie auf dem Markt zu verkaufen, um den eigenen Kochtopf damit zu füllen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Und was wird da angebaut? Also gibt es ja Gemüsegärten oder Äcker in diesem Projekt? Ja, es gibt einen Schulgarten für die Frauen, die ein halbes Jahr dort die Ausbildung machen. Da werden Zwiebeln angebaut, Maniok wieder verstärkt angebaut, also verschiedene Zitrusfrüchte, Mangos, Auberginen, also alles, was so der heimische Kochtopf auch kennt. Ich war jetzt im Rahmen der Einweihung des landwirtschaftlichen Betriebs dort und ich habe mir diese Gärten angeguckt und das ist so derartig üppig. Also Mali habe ich, bevor ich das erste Mal dort war, mit Sahara, Sahelzone in Verbindung gebracht. Aber es gibt im Süden einen Streifen, der ist sehr grün, da ist sehr viel Wasser und deshalb eignet sich das ganz hervorragend, um dort Gemüse anzubauen. Und es ist so derartig fruchtbar, was da wächst, aber auch, also es gibt zu dem Schulgarten noch Frauengärten. Das betrifft dann eher Landfrauen oder Frauenkommunen, die so einen Garten betreiben. Die bekommen dort Anleitungen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb. Die bekommen auch gute im Sinne von ertragreich und widerstandsfähige Setzlinge. Also das ist auch mit einer gewissen Qualität verbunden, was dort gemacht wird. Und das ist auch, also wenn ich gleich zum Grund meiner Begeisterung auch kommen darf, nicht nur, dass das wirklich alles gut wächst und ertragreich ist. Die Frauen, die sind so in ihrer Kraft, weil sie einfach selbstständig sind, unabhängig sind. Und das ganze Sondra Agro Alimentaire, ich habe es erst verstanden, als ich dann dort war, ist sehr autark. Funktioniert, wie unser Projektleiter immer sagt und sein Kollege in Mali, ohne Bamako. Das heißt ohne Regierung, ohne staatliche Unterstützung. Das ist einfach so ein kleines, autarkes Gebilde, das ich mit Strom versorgen kann, mit Wasser, mit guten Lehrkräften und mit Kleinvieh und Setzlingen, die gut angebaut werden können. Und wie kam das Projekt überhaupt zustande? Ich meine, das ist ja nicht, das ist ja irgendwann auch gegründet worden. Ja, das wurde gegründet von Gunther Weber. Der hat den Verein Häuser der Hoffnung gegründet, der jetzt mittlerweile auch schon 25 Jahre aktiv ist in Bamako und dort ein Mädchenzentrum für weißen Mädchen betreibt. Und der hat dann irgendwann, nachdem das Mädchenzentrum so gut lief und ich hatte dort immer irgendwie auch unterstützt, weil ich Gunther Weber aus meinen, also der ist vielleicht dem einen oder der anderen Beraterin aus dem systemischen Kreis bekannt als erfolgreicher Gründer und Lehrtherapeut. Daher kannte ich ihn sehr gut, habe ihn sehr geschätzt, weil er wirklich ein sehr erfolgreicher Gründer immer war und die Dinge haben einen Sog entwickelt und sind einfach gut gelaufen. Und er hat dann irgendwann in einem Newsletter geschrieben, eigentlich wäre es der nächste logische Schritt, die Berufsausbildung der Mädchen zu fokussieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe Kontakte zu einer Stiftung. Ich könnte mir vorstellen, dort den Kontakt mit einem Antrag zu füllen und zu gucken, ob man irgendwie, also es gibt ja BMZ-Mittel, die aber wirklich sehr arbeitsintensiv und sehr langwierig sind. Und dann habe ich gedacht, vielleicht geht es über eine Stiftung schneller und unbürokratischer, gute Ideen in die Umsetzung zu bringen. Du bist ja selbst auch Mitgesellschafterin, aber in dieser gemeinnützigen GmbH. Ja, also mittlerweile. Ich war dann von Anfang an mit dabei, weil ich immer wieder der Stiftung übersetzen musste, was macht das Projekt da eigentlich und dem Projekt oder den Gesellschaftern, wie funktioniert so eine Stiftung. Also für uns ist es eigentlich immer interessant, wie solche Projekte wirklich funktionieren. Also man hört immer wieder von allen möglichen Projekten, die irgendwo existieren, die teilweise irgendwelchen obskuren Hintergründe haben oder wie auch immer, oder nach zwei, drei Jahren wieder eingehen. Aber das ist jetzt ein Projekt, das über einen längeren Zeitraum funktioniert. Und man würde auch ganz gerne darüber reden, wie das organisatorisch dort funktioniert, was genau da zu sehen ist, wenn man da hinfährt. Und was das für ein Leben ist eigentlich in diesem Projekt auch? Also da gibt es verschiedene Ebenen, die ich so ausgemacht habe, warum das Ganze funktioniert. Das eine ist diese Gründungsebene. Ein schlankes Team mit nur den Personen, die kompetent sind, bestimmte Dinge umzusetzen. Und zwei ganz relevante Personen, die ausgewiesene Mali-Experten und Erfahrene sind. Das ist das Ehepaar Papendieg, die lange, viele Jahre freiberuflich auch für die GZ gearbeitet haben und große Projekte im Norden Malis umgesetzt haben, die der Gunther Weber gewinnen konnte für dieses Projekt. Und das hat mir großen Spaß gemacht, das von Anfang an auch zu beobachten, wie dieses Projekt nicht zu klein, also man sagt ja oft, man muss irgendwie klein anfangen und dann Schritt für Schritt größer werden. Aber sowohl der Henner Papendieg als auch der Gunther Weber haben von Anfang an gesagt, der Ort muss stimmen und die Größe muss stimmen. Und es darf nicht zu klein sein. Es muss nämlich auch eine Sogwirkung entwickeln. Und das hat mich schon mal fasziniert. Und der Henner Papendieg hat es von Anfang an wirklich so unglaublich kenntnisreich umgesetzt und hat von Anfang an ein Prinzip, und das ist so für mich die nächste Ebene, beherzigt, nämlich es muss im Land anschlussfähig sein. Also eine Idee kann noch so gut sein, wenn sie keiner umsetzen kann oder will, dann verpufft die. Und das ist in meinen Augen der Grund, warum so viele Projekte einfach ganz schnell wieder scheitern. Weil, und damit komme ich auch zur Organisationsfrage, wir haben ein malisches Team vor Ort. Es arbeitet kein Deutscher, weder auf dem Campus, wo die Schülerinnen ausgebildet werden, noch im landwirtschaftlichen Betrieb. Es ist ein sehr kompetentes malisches Team, die ihre Sachen gut können, die studiert haben, die sehr erfahren sind und die wissen, was man umsetzen kann und wie man es umsetzt. Also das ist so eine, die Basis dieses Projekts ist der Projektleiter in Mali, der Salaha Babi und der Henner Papendieg in Deutschland, die sich auch schon sehr viele Jahre kennen, die zusammen dieses Centre Agroalimentaire aufgebaut haben und am Leben erhalten. Wenn du das jetzt mal systemtheoretisch betrachtest, was sind denn die relevanten Umwelten von diesem Ding? Also was ist denn da außenrum los? In welchem Kontext findet das statt? Also außenrum, wenn man das jetzt mal so ganz geografisch anguckt, dann ist um das Centre herum das Dorf, das Dorf Kalassa und das Dorf Sibi. Und das ist ein weiterer Punkt, warum das gut angenommen wird. Also nicht nur angenommen, sondern wirklich massiv unterstützt wird vom Dorfältesten, vom Bürgermeister. Dass die Dorfentwicklung mitgedacht wurde. Also zwischen dem Campus und dem landwirtschaftlichen Betrieb, wo dann eben die Kleintiere sind und wo die Lebensmittel auch verarbeitet und produziert werden sollen, ist eben dieses Dorf. Und das profitiert von der Stromversorgung, das profitiert vom sauberen Trinkwasser. Mittlerweile wurde eine Schule von Häuser der Hoffnung da auch wieder mit hingebaut. Die Heidehof Stiftung hat ein Gesundheitszentrum finanziert. Und diese Dorfentwicklung, die hat so einen Sog entwickelt, dass jetzt auch der Leiter der örtlichen Sparkasse gesagt hat, er würde gerne dort eine Filiale aufmachen. Was gut ist, weil die Frauen brauchen ein eigenes Konto, wo sie ihr Geld einzahlen. Aber das fand ich schon mal ganz erstaunlich. Das war in der Woche, als ich dort war, dass die Menschen, die man braucht, also ein Pädagogikinstitut, das Lehrer ausbildet, eine Sparkasse, das die Konten verwaltet, eher auf uns zukommen. Und es ist nicht so, dass wir die suchen müssen, sondern die sehen da, da passiert irgendwas Gutes, das sehr autark ist und es funktioniert. Und das ist schon mal ein Alleinstellungsmerkmal. Das wird interessant, weil es nicht nur für so ein Social Design Projekt mal aus unserer Perspektive heraus in Mali relevant ist, diese Verknüpfungen sozusagen zu schaffen. Das gilt ja für jedes derartige Projekt. Und es ist also umso beachtlicher, dass es eben dort funktioniert. Also wo ihr sozusagen von außen da reinkommt, der Grund hat eben von außen da reinkommen, du auch von außen da reinkommst. Da möchte ich bei der Gelegenheit noch mal ganz kurz auf Mali eingehen, weil es ist ja nicht so, dass Mali irgendein Land auf der Welt ist. Und das war in den letzten Jahren sehr häufig in Nachrichten. Und wir haben gerade irgendwie da in den aktuellen Blättern für deutsche und internationale Politik, hat der Klaus Leggewie ja auch einen Artikel geschrieben, Afrika oder das französische Fiasko, also über den Zusammenbruch der französischen Präsenz in der Region. Und man darf ja nicht vergessen, dass die Region mal La France-Afrique war, sozusagen das große, tolle Kolonialreich. Und dann später auch diese postkoloniale Beziehung. Und die Franzosen wurden ja in den letzten zwei Jahren mehr oder weniger aus Burkina Faso und Mali verjagt, als ehemalige Kolonialherren. Auch die Bundeswehr ist vor drei Monaten aus ihrem Vereinten Nationen-Einsatz nach zehn Jahren rausgegangen. Und wie werdet ihr denn als deutsche NGO da wahrgenommen in so einem postkolonialen Kontext? Also da möchte ich zwei Gedanken zu äußern. Das ist mir auch klar geworden, als ich dann dort war. Was wir hier in Deutschland mitbekommen von Mali, das ist so quasi nur, also nur in Anführungszeichen, die ist ja relevant, aber es ist die politische Ebene. Unsere Zielgruppe, das sind Teile der Bevölkerung. Und ganz genau gesagt, dieses Dorf und die umliegenden Dörfer und die jungen Frauen, die da ausgebildet werden. Und unser Projektleiter sagt immer, das wird toleriert und das wird akzeptiert von der Militärregierung, weil es funktioniert. Also man kann da gar nichts gegen machen. Aber das sind jetzt nicht unsere Partner, mit denen wir arbeiten. Und als Deutsche werden wir dort sehr, sehr gut aufgenommen. Das war mir auch nicht klar. Mali ist seit 1960 unabhängig oder wurde in die Unabhängigkeit entlassen. Und Deutschland war eines der ersten Länder, die diese Unabhängigkeit anerkannt hat. Und deshalb haben wir da eine hohe Akzeptanz. Aber ich glaube, diese Akzeptanz kommt vielmehr daher, dass dieses Projekt funktioniert. Und dass die Frauen extrem gerne dort arbeiten und sehr zufrieden sind. Und sich alleine in diesem halben Jahr, in dem sie da ausgebildet werden, schon wirklich große Veränderungen anbahnen. Wie zum Beispiel, dass sie sagen, sie wollen sich ihren Mann nicht mehr aussuchen lassen. Sie wollen auch keine elf Kinder mehr bekommen, sondern vielleicht eher drei oder vier. Sie wollen diese Kinder in die Schule schicken, weil sie erfahren haben, wie wichtig Bildung ist. Und also alleine durch dieses Zusammensein dieser 60 jungen Frauen in diesem Campus entwickelt sich so viel an Gespräch und an Reflexion. Und ja, Gespräche über Bildungsinhalte, über eigene Erfahrungen. Und dann bringt eine neue Ideen rein. Dann diskutieren die wieder darüber. Und ich konnte es kaum glauben, aber nach einem halben Jahr haben die andere Lebensentwürfe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also was sozusagen in diesem System dann auch passiert. Also wie die sich gegenseitig beeinflussen und irritieren und im Grunde auch dazu bewegen, an das zu denken, dass da ein innovativer Gedanke möglicherweise den nächsten dann auch auslöst. Du hast vorhin schon gesagt, dass es eben zwischen diesen Dörfern, da ist ja irgendwie auch eine raumplanerische Dimension drin. Da gibt es ja auch Architektur wahrscheinlich irgendwie. Was ist denn da zu sehen oder was ist da entstanden oder was entsteht da zurzeit? Da gibt es eine Architektur, die sehr, sehr besonders ist, weil diese Architektur der Philosophie dieses Campus und dieses Betriebs Ausdruck verleiht. Also man fährt an der Nationalstraße, die aus Guinea kommend Richtung Bamako führt oder wenn man jetzt aus Bamako rausfährt nach 50, 60 Kilometern, sieht man linker Hand ein umzäuntes und ummauertes Gelände. Das ist der Campus. Aber es ist von großer Transparenz geprägt. Also man kann reingucken. Man sieht alles. Es ist so ein eigenes Ökosystem dort. Es wurden alte Häuser wieder restauriert. Es ist sehr schlicht gemacht. Es entspricht auch den Gewohnheiten der malischen Mädchen. Es sind Steinhäuser. Es wurde aber auch viel mit Schatten und mit Kühlung gearbeitet. Und was ich ganz erstaunlich finde und total relevant, das ist der Hangar in der Mitte dieses Campus. Und dieser Hangar, der ist so um drei Stufen nach oben erhoben. Also drei Trittstufen. Drei Trittstufen nach oben, genau. Der ist nicht, also das ist jetzt ein Detail, aber ich finde es ein ganz relevantes Detail. Es ist nicht eins mit der Erde, sondern es ist nochmal aus dem Boden, aus der Erde empor gehoben. Das ist vermutlich überdacht, weil du musst ja alles verschatten dort. Ja, genau. Es ist überdacht. Es sieht eigentlich aus wie eine große Halle ohne Türen und ohne Fenster. Es ist aber da auf dem Campus mit Bogolan-Mustern verschattet. Und Bogolan-Muster sind ganz traditionelle alte malische Muster. Die kennen die Frauen auch. Die wissen sie auch zu lesen. Und die dienen gleichzeitig der Verschattung und der Kühlung. Und die haben dort genug Raum, um sich zu treffen. Also da finden auch Veranstaltungen statt, Wettbewerbe. Aber es findet immer wieder auch ein Plenum statt, in dem gelernt wird, Sport gemacht wird, diskutiert wird. Und das ist so im Herzen dieser Anlage. Und das finde ich vom Architektonischen her sehr, sehr gelungen. Und was mir auch aufgefallen ist, und das spürt man erst, wenn man dort ist, es ist ein Groß, also es hat Raum. Es ist ein großes, ein großer Campus. Und auf mich hat es so den Eindruck gemacht, da kann eine Idee auch mal Raum greifen. Also wir hatten ja mit der südafrikanischen Social Design Protagonistin, wirklich die ganz Afrika unterwegs ist Kannelbe Mounier, ja über dieses Thema des Zusammenarbeitens auch gesprochen. Und sie hat eben also programmatisch gesagt, we've got to get away from designing for to designing with. Ja. So wie interagieren denn die Leute dort mit den Gestaltern, also dem Architekten oder mit den Planern? Also gibt es da einen Austausch oder wird da einfach ein Programm hingestellt oder eine Architektur hingestellt? Und dann ist das so oder gibt es da irgendwie eine Ko-Kreation? Also da gibt es sehr viel eigene Erfahrung von unserem Architekten. Der hat nämlich bis zu seinem sechsten Lebensjahr in Ghana gelebt und hat auch viele Projekte dort mittlerweile als Architekt auch umgesetzt. Es findet aber vorher, also fanden immer Planungsgespräche auch statt. Der Architekt hat gesagt, wie er es sich vorstellt und wie er es machen kann. Aber es war immer die Frage, was funktioniert bei euch? Wie arbeitet ihr? Wie trefft ihr euch? Und dann war ganz schnell diese Idee des Hangars mit im Spiel. Weil ganz klar ist, die malische Bevölkerung, wenn sie was zu besprechen hat, die treffen sich irgendwo draußen im Kreis. Die treffen sich in so einem Hangar, also in irgendeiner Art von gut durchlüfteter Räumlichkeit, wo alle zusammen Platz haben. Und wir hatten auch andere Entwürfe vorher, die dann eher so Insellösungen vorgestellt haben. Und da haben wir gesagt, das kann nicht funktionieren. Das passt nicht zu. Also Gott sei Dank, weil mittlerweile denke ich, das ist eins der Herzstücke, sowohl in der Landwirtschaft als auch auf dem Campus. Und dort findet alles statt, was irgendwie in Gemeinschaft besprochen und bearbeitet wird. Es muss ja eine ganze Reihe von infrastrukturellen Maßnahmen auch geben. Das wurde über sauberes Wasser gesprochen, über Stromversorgung auch für das Dorf. Also wie funktioniert denn das? Die Stromversorgung funktioniert über Solarenergie. Und da haben wir ein malisch-deutsches Unternehmen gefunden. Der Herr Minte ist immer, der ist zur Hälfte in Bamako, zur Hälfte in Hamburg. Der bildet auch die dortigen Betreiber dieser Anlage aus. Also alles über Solarenergie. Und das Wasser wurde aus wasserführenden Schichten beziehungsweise tiefen wasserführenden Schichten, wo eben das saubere Trinkwasser zu finden ist, über Brunnen geborgen. Und wir haben Wassertanks auf beiden Geländen, große Wassertanks, die eben auch über Brunnen das Dorf mit versorgen. Gibt es auch Zisternen oder gibt es überhaupt Niederschlag? Ja, Mali hat eine lange Regenzeit. Die beginnt jetzt im Juli in etwa bis, oh, kann ich gar nicht so genau sagen. Aber in der Regenzeit ist es so, dass das Wasser wirklich stromartig vom Himmel kommt. Und genauso stromartig dann auch sich auf den Straßen und den Feldern verteilt. Und da unten ist eben, wie gesagt, relativ grün. Sehr, sehr üppig. Übergang zum subtropischen Klima. Also da gibt es Wasser. Das ist der große Vorteil, was auch für die Lage dort spricht. Das ist ja eine der berühmten Wahrheiten von Entwicklung. Ist ja, dass da, wo Licht ist, kann man auch lernen. Weil man abends eben in der Dunkelheit noch was lesen kann. Ja, für die Schule am nächsten Tag. Spielt das da auch eine Rolle? Also diese ganze Beleuchtungsthematik? Das spielt eine extrem große Rolle. Also das ist auch wieder dieses gestalterische Element, das ich da so ganz fein finde von unserem Projektleiter und dem Wieland Schmidt, dem Architekten. Dass die gesagt haben, jetzt haben wir den Campus, jetzt haben wir die Betriebsstätte, dazwischen ist das Dorf. Lass es uns doch gestalterisch verbinden über Straßenbeleuchtung, also über Laternen, die, soweit ich weiß, teils schon da waren, die jetzt aber mit Solarstrom auch versorgt wurden. Das heißt, das ganze Dorf ist mitsamt dem Campus und der landwirtschaftlichen Ausbildungsstätte über diese Laternen auch verbunden. Also man nimmt es optisch als zusammenhängend wahr. Und als diese Straßenlaternen angemacht wurden, so hat mir unser Projektleiter und der malische Leiter gesagt, das war wohl ein ganz bewegender Moment, weil dann abends die Schulkinder unter diesen Laternen saßen und gelesen haben und geschrieben haben, weil sie endlich Licht hatten. und dann auch zu unserem malischen Projektleiter gerufen haben. Merci, Monsieur, merci, Monsieur. Also weil sie ganz genau wussten, das hängt alles jetzt irgendwie mit diesem Ausbildungszentrum zusammen. Es ist nicht ganz ungefährlich, weil es direkt an dieser großen Straße ist, aber da sieht man abends Gruppen von Menschen sitzen, die irgendwas machen, was man nur im Licht machen kann. Ja, du hast jetzt eben auch gerade die Kommunikation angesprochen. Also es gibt ja eine französische Kommunikation zwischen zumindest den Kindern jetzt und diesem Projektleiter. Und da gibt es ja vermutlich eben auch eine lokalsprachliche Kommunikation der Leute untereinander. Welche Rolle spielt denn eben das Französisch jetzt als Verbindung zwischen euch und den Menschen dort? Also wir sprechen Französisch mit den Menschen dort. Viele sprechen also Bambara. Ich glaube, das sind neun Millionen in Mali, die Bambara sprechen. Das ist so die größte vertretene Sprache, zumindest unten im Süden. Aber da wage ich mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster. Da weiß ich zu wenig drüber. Aber auch bei der Eröffnung war es zum Beispiel so, dass ein Übersetzer dabei war, der das Französische auf Bambara dann wieder übersetzt hat. Weil eben viele nur Bambara sprechen. Französisch rudimentär. Unsere, die Schülerinnen im Campus, die müssen Französisch sprechen, weil sie auf Französisch auch unterrichtet werden. Also es ist auch eine Grundvoraussetzung, Französisch zu sprechen unter Aufklärung. Ja, also Grundvoraussetzung ist überhaupt, dass sie lesen und schreiben können, dass sie acht Jahre Schule besucht haben. Aber auch das wird nicht ganz so eng gesehen. Wenn es da irgendwie Nachholbedarf gibt, dann gibt es noch vorbereitende Kurse. Es ist jetzt kein Französisch, wie man das sich so aus Frankreich vorstellt und wie man das bei uns in der Schule lernt. Ich glaube, ich kann das ganz gut, aber ich muss mich da sehr reinhören, weil die Betonung einfach eine ganz andere ist. Und wenn man Bambara hört, versteht man, wie das Französisch zustande kommt. Ich habe ziemlich viel von Amadou Kuruma gelesen. Zwar nicht Mali, aber eben so dieses westafrikanische, eben Französisch ist natürlich auch mit sehr viel lokalsprachlichem durchsetzt, auch mit sehr vielen magischen Begriffen, die es im Französischen ja gar nicht gibt. oder ich bin auch ein großer begeisterter Leser von Eric Orsenas zwei Romanen Madame Bar und Mali o Mali, wo eben auch dieses Thema dieser spezifischen Charakteristik von diesen Leuten vorkommt. Sie sind unheimlich gesprächig, extrem irgendwie sozusagen interaktiv auch und immer bezogen auf diese Gruppensituationen da. Ja, also ich habe nirgendwo auf der Welt bisher so gute Netzwerke erlebt wie in Mali. Also das ist eine Sprechung. Wir haben ja alle viele Familien, sehr viele Kinder. Dann hat die Schwester noch mal so viele Kinder oder der Bruder. Das heißt, da ist dann locker mal bei einer Familienfeier sind 50 bis 100 Leute zusammen. Bei unserer Einweihung waren auch 1000 Personen zu Gast. Für 800 hatten wir bestuhlt, aber 1000 kamen dann letzten Endes. Und die sind ständig am Sprechen. Die kennen auch alle. Also das ist unglaublich. Das ist einfach eine sprechende Kultur. Und da habe ich oft auch gedacht, da können wir noch ganz schön viel lernen. Das glaube ich aber auch. Von Mali. Die sind auch sehr, sehr poetisch und ich muss sagen, sehr humorvoll. Also ich habe so viel gelacht auch in dieser Woche, als ich dort war, weil die teilweise auch einen ganz trockenen, intelligenten Humor haben. Und das kommt auch durch diese sprachlichen Feinheiten, die wahrscheinlich in Bambara jetzt noch besser rauskommen als im Französischen. Aber das ist eine sehr, sehr kommunikative Gesellschaft. Da komme ich jetzt auch nochmal auf dieses Thema eurer direkten Interaktion. Also wie sprichst du denn jetzt? Du hast dich im Grunde jetzt als Funktionsträgerin beschrieben oder als Beobachterin. Aber wenn du jetzt mit den Leuten in Interaktion triffst, mit wem kommunizierst du da? Oder bist du überhaupt in Kommunikation getreten? Mit den Frauen oder nur mit den dortigen Funktionsträgern? Mit allen. Also ich werde da wahrgenommen als der Kontakt zur fördernden Stiftung. Und das schätzen die verständlicherweise sehr hoch ein, dass es einfach eine deutsche Stiftung gibt, die bereit ist, in so einem Risikogebiet, bis ja bei uns auch kommuniziert und vermittelt wird, so viel Geld zu investieren, um dort ein Ausbildungszentrum für junge Frauen auch zu bauen. und insofern habe ich mit dem Projektleiter, mit der Lebensmitteltechnikerin, mit dem Agraringenieur und mit den Frauen, die dort ausgebildet werden, ganz viel gesprochen, weil ich das auch verstehen wollte. Was passiert da und warum funktioniert das so gut? Wenn du jetzt an die Farben denkst, also das finde ich jetzt mal nochmal, eingangs haben wir ja schon darüber gesprochen, wie sieht es da eigentlich aus? Also du hast jetzt relativ viel über die Leute gesprochen, wie die miteinander agieren, wie die da sitzen in diesem Hangar. Einfach so die Atmosphäre der Farben würde mich auch nochmal interessieren. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt die Farben der Natur. Da würde ich eher sagen, das ist so rötlich, grün, bräunlich, aber kräftig auch. Und dann gibt es die Farben der Kleidung, die sehr, sehr hervorstechend ist. Also gestern Abend hatten wir einen Gesprächskreis über diese Eröffnung und dann hat eine Kollegin gesagt, also wenn bei uns so eine Eröffnung wäre, wären wahrscheinlich lauter blaue Anzüge da gesessen. Aber die war so bunt, also die Männer und die Frauen, allein von der Kleidung her, das war so farbenfroh und so bunt. Ist mir noch nicht aufgefallen bis zu der Frage jetzt, aber es war eine sehr, sehr bunte Eröffnung. Aber eine Frage, die sich für mich direkt da anschließt, das ist ja ein Centre Agréalimentaire, heißt ja, die produzieren im Grunde Gemüse und landwirtschaftliche Produkte. Da wird wahrscheinlich auch gut gekocht. Gut, also was war denn der Veranstaltung auf dem Speiseplan? Also wenn jetzt diese Großveranstaltungen da stattfinden, was... Also auf dem Speiseplan steht eigentlich jeden Tag Reis und es gibt immer eine Gemüsesauce, mal mit Fleischstücken, mal ohne Fleischstücke drin. Das ist eigentlich so das Traditionelle. Das haben wir eine Woche lang jeden Mittag bekommen. Und Zwiebeln sind ein Grundnahrungsmittel, also Zwiebeln sind in jeder Soße mit drin. Deshalb ist es so wichtig. Also die Zwiebel hat uns wirklich durch diese ganze Woche begleitet. Auch, weil irgendwann, ich schweife jetzt ab, aber doch nicht, ein riesengroßer LKW an uns vorbeigefahren ist, voll beladen mit Zwiebeln. Und nachdem ich diese Gärten angeguckt habe, dachte ich, naja, das sind malische Zwiebeln, die hier geerntet werden. Das sind aber holländische Zwiebeln, die von Holland nach Mali importiert werden. Am besten noch subventioniert von der EU. Und vermutlich wie so vieles. Und das begegnet einem tagtäglich, dass sich die wirtschaftlichen Ströme nicht verändert haben. Also die Kolonialherren sind raus, aber unter der Schicht ist sehr vieles einfach geblieben. Es gibt ja auch einen russischen und chinesischen Neokolonialismus in La France. Ja, ja, ganz stark. Es gibt ja auch dieses, also wirklich mit meiner Meinung nach, bedeutende Buch La Chinafrique, die eigentlich den Abwechsel, den Wechsel in dieser Kolonialstruktur zwischen den Franzosen und den Chinesen beschreibt, wo die überall sich ausbreiten. Aber ich möchte ganz gerne nochmal auf dieses Thema des Anbaus auch. Weil das ist ein ganz großes Thema. Natürlich der Anbau von regionalen, sagen wir mal so, traditionellen regionalen Getreiden, Wurzelgemüsen und so weiter, die eben auch von den Kolonialisten vertrieben wurden. Also um dann zum Beispiel Getreide anzubauen, das man aus Europa kennt. Oder am besten Gelme Rüben, die man aus Europa kennt. Gibt es da auch innerhalb dieses Sondra Aqualimentaire eben Bestrebungen, da die traditionellen Produkte wieder anzubauen, die auch vielleicht für das Klima besser geeignet sind? Ja, also Maniok zum Beispiel findet da jetzt gerade seine Renaissance. Maniok ist bekannt in der Küche, wurde jetzt aber auch erst wieder dadurch entdeckt, dass die Bevölkerung explodiert. Und gleichzeitig, also ein Beispiel, der Weizen kam aus der Ukraine. Durch den Ukraine-Krieg gab es keine Weizenlieferungen mehr. Zudem explodiert die Bevölkerung. Also irgendwie muss man die Bevölkerung ernähren oder müssen die sich ernähren. Und da hat auch deshalb die Maniokwurzel bei uns im Anbau, in den Gärten wieder Verwendungen gefunden. Und das muss man aber auch erst lernen und kultivieren. Wie geht man eigentlich mit Maniok um? Wie baut man die an, dass man ertragreiche Wurzeln bekommt? Was macht man damit? Also die Bestrebungen gibt es schon. Und ganz allgemein, das, was man selbst anbauen kann, das kauft man dann nicht mehr auf dem Markt von den Holländern oder woher auch immer. Es gibt ja noch ein anderes Thema. Und zwar, das sind ja junge Frauen, das sind die unverheiratet. Ja. Alles unverheiratete junge Frauen und Kinder auch. Ja. Und das ist natürlich auch ein großes Thema. Also weil es ist ja bekannt eben aus Metastatistiken, dass eben Gesellschaften, denen es gelingt, die Geburtenrate zu senken, natürlich auch ein wesentlich wohlhabender werden, sich wesentlich besser entwickeln können, weil die Frauen natürlich auch etwas anderes machen können, als einfach nur Kinder aufzuziehen. Ja. Und ist das da ein Thema, das da auch diskutiert wird in dem Zusammenhang? Also du hast es vorhin gesagt, dass die Frauen untereinander so ein bisschen darüber reden, sich ihre Männer selbst auszusuchen oder eben auch möglicherweise eben auch eigene Entscheidungen zu fällen in Bezug auf die Familiengröße. Also meine Beobachtung ist, wenn die Frauen ein gewisses Selbstbewusstsein haben und ihre Selbstwirksamkeit erleben, dann, das steht nicht auf dem Lehrplan. Die werden schon, es gibt Gesundheitserziehung und es gibt politische Bildung, das gibt es schon auch. Aber meine Beobachtung ist eine andere, nämlich, dass dieses Erleben von Selbstwirksamkeit und von Autonomie, die so in ihre Kraft kommen lässt, dass sie sagen, okay, ich entscheide jetzt darüber. Also ich möchte meine Kinder auch zur Schule schicken. Ich möchte mich um meine Kinder kümmern. Ich möchte auch, dass die Bildung erfahren. Und dann kommen eben auch durch diese Gespräche untereinander genau solche Entscheidungen zustande. Und ich habe ja vorhin kurz von Häuser der Hoffnung, von dem Mädchenzentrum in Bamako erzählt, die es seit 25 Jahren gibt. Und da hat der Gunther Weber irgendwann mal darum gebeten, ob denn nicht der erste Jahrgang an Frauen mal zu einer Reunion kommen könnte. und die waren da, das waren so 30, 25, 30 Frauen. Und da hat er eben berichtet, alle von denen haben sich ihre Männer selbst ausgesucht und hatten weniger Kinder, ohne dass es irgendwie da auf dem Lehrplan gestanden hätte. Also die Frauen wissen, denke ich, intuitiv schon ziemlich gut, was sie leisten können und was gut für sie ist und wo sie in ihrer Kraft kommen und wo nicht. Ja, das ist natürlich eine sehr hoffnungsvolle oder auch sehr interessante Beobachtung, dass diese Wirksamkeit, diese langfristige Wirksamkeit eben auch schon nachweisbar ist in diesem ersten Absolventinnenjahrgang aus dieser Mädchenschule. Wir kommen jetzt auch schon eigentlich schon fast zum Schluss unserer Sendung. Ich habe eine Frage noch, die ich auf eine Bemerkung von dir vorhin zurückgehe, und du sagtest, wir können viel von, möglicherweise viel von diesen Leuten lernen, die du dort kennenlernst. Und was würdest du jetzt, also mein, da besonders hervorheben, also was du oder wir lernen kannst? Also was ich dort gelernt habe und wovon ich fest überzeuge, also das habe ich dort erfahren, wie stark diese Menschen sind und wie bemüht, Gutes zu schaffen. Also das sind, und die lassen sich nicht unterkriegen davon, die haben eine innere Stärke, die oft auch so in dieser Kooperation freigelegt wird, also in diesem kooperativen Miteinander, das von einer sehr, sehr guten Atmosphäre getragen ist, weil wir uns auch nicht zurückhalten, unser Wissen zu teilen. Also da geht es nicht nur um Geld, das da fließt, sondern es geht wirklich auch darum, Wissen zu teilen, angefangen von der Berufsschule bis über, wie könnte man Produktionsstraßen aufbauen. und das wird so gerne aufgenommen und gepaart mit dieser Kraft und dieser Kompetenz, die da auf malischer Seite vorhanden ist, haben die eine unglaubliche Power und gleichzeitig eine Ruhe, wo ich denke, also da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden, in Ruhe das Richtige zu tun. Wenn man jetzt irgendwie so mal so, du hast es auch gesagt, also wir haben uns da kurz drüber unterhalten, über dieses Thema, wie kommt man eigentlich dahin? Und nach dem Ende dieser französischen Anwesenheit ist es wohl jetzt so, dass dieser traditionelle Flug mit Air France von Bamako nach Paris gar nicht mehr existiert. Also man fliegt heute über Istanbul mit Turkish Airlines, was natürlich ziemlich verheerend ist. Das ist ein ganz schön, also einiges an Stunden mehr, die man da fliegt und auch eine große Ecke. Aber Air France hat relativ schnell, nachdem das französische Militär das Land verlassen musste, den Flugbetrieb eingestellt, was natürlich auch fatal ist für die zwei Millionen Malier, die in Frankreich leben, weil die jetzt auch alle mit Turkish Airlines über Istanbul fliegen müssen. Und es ist natürlich auch, finde ich, ein fatales Zeichen und Zeichen von Abbruch jeglicher Verbindung, die da noch, also wofür Air France eben auch stand. Da finde ich also auch dem Hintergrund gerade auch besonders interessant, das hattest du ja auch gesagt, dass ihr da eben als NGO nicht als Kolonialisten wahrgenommen werdet, auch unter anderem wegen der deutsch-malischen Geschichte in der frühen Anerkennung der Unabhängigkeit, aber natürlich auch durch diese Interaktion. Also was ihr da macht, ist ja extrem so, da kommt Geld klar über die Stiftung, weil das ist ja ein extrem partnerschaftlicher Austausch. Also das finde ich eben auch in dem gesamten Gespräch jetzt deutlich geworden, auch die Bereitschaft und dieses Interesse zu lernen oder da reinzugehen, das ist ja alles andere als eine arrogante Umgangsweise mit irgendwelchen Leuten, denen man was beibringen will. Also das empfinde ich irgendwie als entscheidenden Punkt, dass man ihr stellt eine Struktur zur Verfügung, also in diesem berufsschulischen Kontext, in dem die Leute eigentlich das traditionelle Wissen ihrer Region auf eine systematische Art und Weise lernen. Ja, man muss sich das so vorstellen, es gibt ja unglaublich viele kompetente und auch gut ausgebildete Leute in Mali, aber die können schlicht und ergreifend nicht arbeiten, weil das eine landwirtschaftliche Institut musste schließen, weil das Auto kaputt war. Also da fehlt es so an ganz grundlegenden Dingen. Es sind promovierte Leute, denen muss man nichts beibringen. Das ist so, ja, das ist so. Aber man darf sich auch nicht ganz raushalten und das ist wirklich diese Balance, die man da immer halten muss. Das finde ich eines der schwierigsten Themen. Wie viel geht man rein und wo hält man sich zurück? Gut, jetzt haben wir noch unsere Abschlussfrage, nämlich diese berühmte allgemeine, du als regelmäßige Hörerin kennst die ja, nämlich was ist gut? Was ist gut? Gut ist, undogmatisch zu sein, diesem Affekt zu widerstehen, zu wissen, was richtig ist und zu wissen, wie die Dinge funktionieren und mal mit Offenheit zuzuhören und zu gucken, was da so Sache ist. das finde ich extrem gut und wichtig. Ja, ich glaube, du passt auch mit deiner Energie sehr gut zu den Leuten, die du da beschrieben hast und das Undogmatische, das dringt dir aus jedem Wort. Also vielen herzlichen Dank, dass du aus Heidelberg hierher angereist bist und ich wünsche dir natürlich besonders erstmal eine schöne Heimfahrt. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Das war Antje Tschirer im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bernschen. Sie hat deutlich gemacht, dass Kommunikation im Social Design die Ressource Nummer eins ist. Allen voran die Kontexte und der Austausch. Also Design nicht nur für Menschen, sondern vor allem mit Menschen. In unserer nächsten Ausgabe treffen wir dann Anastasia Kalenski. Ihre bemerkenswerte Bachelorarbeit beschäftigt sich mit einem sehr schmerzvollen Thema, für das sie zahlreiche Lösungen zusammengetragen und in ein bewundernswertes Buch gepackt hat. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DedeCast-Redaktion. Untertitelung des ZDF für funk, 2017